ja hallo meine lieben ameisen freunde heute geht es mal in dem video um die versorgung meiner manika rubida kolonien am beispiel einer kolonie wie ihr seht halte ich die kolonien in so kleinen plastik behältern ansonsten ist es relativ spartanisch eingerichtet man sieht reagenzgläser einen kronkorken mit zuckerwasser und bisschen sand als bodengrund und das war es im prinzip schon so jetzt habe ich mal die abdeckung entfernt und wie man sieht sitzt die königin der relativ alleine in ihrem fast ausgetrockneten reagenzglas und es sind sehr viele arbeiterinnen unterwegs oder grund ist einfach der dass die eben sehr auf störungen reagieren das heißt ich habe diesen deckel entfernt und sind sofort alle raus geströmt aber jetzt schauen wir uns mal an ob überhaupt brut vorhanden ist denn hier kenne ich jetzt eben noch nichts ich wackele jetzt zwar ein bisschen aber ich denke hier kann man schön das riesige eipaket sehen dass die königin gelegt hat aber wie es ausschaut hat sie sonst keine weitere brut also keine larven und auch keine puppen ich wollte jetzt auch ein video zur fütterung machen aber wenn eben nur eier vorhanden sind und keine larven wird das interesse vermutlich nicht sehr groß sein denn letztlich brauchen wir die larven hauptsächlich nur proteine die königin braucht zwar auch ein bisschen damit sie eben produzieren kann aber es natürlich kein vergleich zu den larven jetzt hat die erste das heimchen entdeckt sie betastet es schon einmal schauen was er macht ja ein bisschen interesse scheint vorne aber okay sie geht es einfach weiter also wenn die wirklich hunger hätten nach protein da würde die arbeiterin sie würde die ganze zeit das heimchen untersuchen und wenn sie fertig ist wird es sich sofort zum richtung nest zurückgehen und dort eben eine pheromonspur hinlegen aber wie man sieht interesse sehr gering jetzt ist auch wieder eine neue arbeiterin dran ich meine die tasten das natürlich im ersten moment aber das ist halt natürlich kein vergleich zu einer kolonie die wirklich protein bedarf hat ja das war es dann auch schon von meinem video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr gerne auch so eine kolonie haben wollt in meinem shop sind noch welche vorhanden shop.crazyends.de dann bedanke ich mich fürs zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen sonntag ciao